Hey ho Leute ich bin's Fresh G mit einem weiteren Video für Gambless und zwar habe ich mir heute zum allerersten Mal Counter-Strike gekauft und wie wahrscheinlich fast jeder weiß ist bei Counter-Strike Source ein Teil des Spiels Half-Life mit dabei und zwar Lost Coast und ich habe mir gedacht, ja dann können wir ja mal ein kurzes Let's Play Lost Coast machen und ich nehme das einfach mal auf Ich habe es vorher noch nie gespielt, ich weiß nicht was mich erwartet Wir werden sehen Äh, ja? Äh 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 Oh Hallo Hi this is Gabe Newell and welcome to the Lost Coast In this tour, we're going to be talking about a new graphics technology we've been developing We can also be giving you some insight into the design and production challenges we faced during the construction of the Lost Coast Wow Ah Kann man sich ja freuen wie ein Serum, ey Wenn wir jetzt nach rechts schauen, sehen Sie Mona Lisa Was? Was? Use Key? Achso Das ist wahrscheinlich eh Okay Hallo Hey Hi Du da Ja Warte mal, bist du nicht? Nee Du bist's Du bist dieser Forschertyp Friedman, Fishman Hab ich recht? Fisherman's Friend Du bist bestimmt hier, um's mit den Combine aufzunehmen Weiß zwar nicht, was einer alleine erreichen kann, aber Sonst besucht man St. Dolger nicht in solchen Zeiten Ich bring dich da ein, wo die Basis ist Oder so weit wie ich kann wenigstens Mhm Dankeschön Äh Die Combines sind glaube ich diese komischen Soldaten, oder? Mit dieser komischen Stimme immer Hui Was kann ich hier machen? Lass mich nur das Tor für dich aufschließen Mach mal Mach mal Ich hab den Schlüssel hier Irgendwo Was haben wir denn alles? Oh Muhaha Mach dich jetzt auf den Weg Zerstör die Waffe und trödel nicht Was für eine Waffe Das ist doch nur ein Werk Egal, ähm Was hab ich denn hier alles bei Okay Wenn du das Leben zurückschaffst Werde ich hier auf dich warten Tja, ja klar Kein Problem Woah Mach dich jetzt auf den Weg Zerstör die Waffe und trödel nicht Ich will das aufheben Kaka, hast du noch ein Speer? Hey Da geht ein Fahrt die Klippe hoch Geh ganz vorsichtig Ja, ich hab's kapiert, aber Uh Los jetzt Lass jetzt Uh Okay Ähm Ich hab dein Speer aus Versehen verloren, ja Ciao Dödem, dödem Dödem, dödem Dödem, dödem Dödem, dödem 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 Wow Hallo Hallo Aha Ähm Ähm Ich wollte dich lieber vergangen Äh, wieso verschwinden Bestimmt Gekattet hier alles Egal Mal Hui Muss ich da jetzt rüberspringen? Glaub schon Hallo Was sollen Was mir Jens los... Hey Äh Kann ich denn Ah Jetzt Hallo Hallo Treff doch Hat der jetzt da... Handkannert runtergeschmackt? Äh, was zum Depp Hahaha Mann, ey, das fängt ja schon gut an Ähm Ja Ja Okay, nochmal Bäm 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 Du fängst da irgendwie immer durchs am Loch, weißt du was? Jetzt komm da oben, selbst What the... Uh Ey, nein, nicht schon wieder Ah Was macht ich denn ? Was macht ich denn ? Was macht ich denn ? Wie kann es mir auf die Zange Habe ich nicht diesen ... 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 Schuss.